hallo und willkommen zu einem etwas anderen video auf diesem kanal dieses video dient einfach nur als kleines infovideos von diesem gewinnspiel was ich veranstalte deswegen ist im hintergrund auch ein gameplay von games of war weil games of war ist gerade das spiel was ich bei steam wahllos ausgesucht habe um im hintergrund wenigstens ein gameplay zu haben und euch nicht nur ein schwarzes bild zu präsentieren wie in diesem titel schon lesen könnt und wie in diesem kleinen infotext nach meinen intro erfahren habt geht es um ein info video zu einem gewinnspiel dieses gewinnspiel ist mein erstes gewinnspiel und findet aktuell hauptsächlich auf youtube statt das heißt ihr werdet die möglichkeit haben und da komme ich so jetzt zu den bedingungen halt einfach dieses gewinnspiel also wie gesagt ihr werdet die möglichkeit haben an diesem gewinnspiel durch diese zwei möglichen oder bedingungen teilzunehmen erste bedingung ist dass sie ein teil meines kanals sein sollte schon oder werden solltet das heißt in wir seid ihr schon eine abonnent und ihr verfolgt mich schon oder ihr werdet vielleicht nur ein abonnent wer weiß je nachdem wenn euch natürlich mein content gefällt ist klar wenn euch dann irgendwas interessiert dass mich wahrscheinlich dann auch abonniert bitte abonniert mich nicht nur wegen dem gewinnspiel sondern wenn ihr mich abonniert bitte wirklich auch weil euch vielleicht der content interessiert oder weil ihr an die weiterentwicklung des kanals interessiert seid weil es werden hier auch noch viele andere projekte schöne projekte kommen an die ich viel viel arbeit reinstecken werde in die ich viel viel zeit ein schreien stecken werde es werden partner projekte mit anderen leuten mit anderen youtuber mit anderen streamern kommen es werden andere projekte noch mal kommen von meiner seite aus im bereich kunst und es werden ganz viele projekte kommen auf diesem kanal also wie gesagt es wird nicht nur im bereich gaming bleiben und also wie gesagt wenn euch wirklich dieser kanal interessiert vom content her bleibt einfach dran und werdet ein teil davon und verfolgt die entwicklung und den fortschritt des kanals mit ansonsten nicht nur wegen dem gewinnspiel bitte so das ist die wie gesagt die erste bedingung die zweite bedingung ist seid kreativ ich denke mir die community die ich bis jetzt habe die leute sich bis jetzt angefunden haben leute die mich bis jetzt verfolgen sind auch selber kreativ das traue ich euch zu und das könnt ihr euch also das könnt ihr euch also das könnt ihr auch kreativ sein das glaube ich auch ich glaube an euch genauso wie ihr vielleicht an mich glaubt daher wie gesagt seit kreativ denkt euch was lustiges was cooles aus was mich zum lachen bringt und schreibt mir ein grund auf warum ihr ausgerechnet gewinnen solltet das heißt schreibt mir ein grund auf warum ihr gewinnen solltet und dieser grund darf auch nicht so langweilig sein das heißt der muss mich zum lachen bringen muss lustig sein dann muss cool sein der muss richtig klasse sein also das heißt seit kreativ denkt euch was lustiges aus warum ausgerechnet ihr dieses gewinnspiel gewinnen sollte und wie gesagt der grund muss nicht ja der muss keinen sinn ergeben der kann sinnfrei sein hauptsache ist lustig und hauptsache er bringt mich zum lachen und ihr habt die möglichkeit an diesem gewinnspiel teilzunehmen ab morgen den 24 9 ab 12 uhr bis zum 28 9 bis 12 uhr das heißt ihr habt genau genommen vier tage zeit sind es vier tage oder drei weiß ich jetzt nicht vier naja ist egal ihr habt wie gesagt vom 24 bis zum 28 zeit teilzunehmen und ihr habt auch über diesen zeitraum wo ich den stream mache das heißt ich werde am 27 9 von 20 uhr bis 28 9 entweder bis 0 oder bis 1 je nachdem wie weit ich komme nach 0 uhr das heißt ihr fragt euch sicherlich wie weit sie kommen wird nach 0 uhr es ist halt so dass ich extra die sind diese zwei tage um ein wenig länger system weil ich halt am 28 9 1 jahr in der welt ist nichts besonderes also wie gesagt macht euch da keinen kopf aber ich habe mir gedacht ich bin halt auch nicht der typ der feiern geht ich bin eher lieber jemand der zu hause schild ein bisschen doppelt oder auch couch genügend sitzt und ich habe mir gedacht ich streame einfach am 28 9 und ja da dachte ich vielleicht macht ihr einfach mit und habt einfach auch viel spaß dabei und zeit teil davon abend und auch über diesen zeitraum könnte an diesem gewinnspiel teilnehmen ja also wie wichtig ist die kommentare bitte unter diesem video schreiben und nur diese kommentare die unter diesem video sind werden also das heißt nicht in anderen videos nur unter diesem info video und die werde ich mir dann mit meinem freund zusammen durchlesen und das witzigste kommentar oder der witzigste kommentar der witzigste grund der gewinnt und jetzt kommen wir so dem wichtigsten teil was gibt es zu gewinnen ganz einfach je nachdem wo der gewinner auf welcher plattform unterwegs ist kann er sich zwischen psn xbox live gut haben oder halt auch steam gut haben aussuchen der wert ist 25 euro das heißt ihr habt die möglichkeit von mir 25 euro ab zusammen für eure plattform wie ihr unterwegs seid vielleicht wollt ihr gerade aktuell ein spiel kaufen was im angebot ist ein spiel was ihr euch schon lange kaufen wollt und das ist für 25 euro im angebot oder ist allgemein für 25 euro erhältlich oder ihr wollt vielleicht irgendwann in naher zukunft ein spiel kaufen und könnt diese 25 euro schon mal sparen dafür also wie gesagt der gewinner sucht sich dann praktisch für die plattform wo er unterwegs ist eine kontakt karte aus das heißt ihr habt jetzt die zwei bedingungen die erfüllen müsst um an diesem gewinnspiel teilzunehmen ihr habt den gewinn um was es geht und ich starte hiermit ab diesem info video was ich ungefähr ja heute abend vielleicht noch hochladen mal gucken oder morgen spätestens morgen früh werde ich das hochladen so dass ab 12 veröffentlicht wird also das heißt ab 24 9 ab 12 uhr habt ihr die möglichkeit dieses gewinnspiel also an diesem gewinnspiel teilzunehmen bis zum 28 9 bis um 12 uhr danach ist finito danach ist das spiel vorbei also das gewinnspiel und ja für alle die vielleicht jetzt dann vielleicht traurig sind hinterher solche gewinnspiele wird es öfters geben versprochen ja das heißt auch wenn ihr jetzt nicht gewinnen könnt seid bitte nicht traurig ihr habt immer noch mal die möglichkeit und ich werde einfach auch denjenigen die chance geben wo ich sage okay ich suche mir fünf gute kommentare aus werde diese fünf kommentare in einem video zusammenfassen und ihr könnt in den kommentaren zumindest hinter den kommentaren in klammern mit name oder ohne name schreiben falls ihr einer von dem top 5 seid wie gesagt ich werde die kommentare veröffentlichen wenn ihr einer von denen seid und ihr wollt euren namen nicht dabei haben dann schreibt mir das bitte in klammern hinter den kommentaren entweder mit name oder ohne name rein und je nachdem was ihr natürlich wollt wird es so veröffentlicht also jeder der sein name nicht veröffentlicht haben möchte der wird unsensiert gemacht sondern nur das kommentar wird veröffentlicht und diejenigen die mit namen veröffentlichen die kriegen natürlich auch ihren namen da rein das heißt ihr werdet in den top 5 nochmal zusammengefasst in ein separates video also wünsche ich euch viel glück viel spaß und wir sehen uns im stream am freitag um 20 uhr haut rein ciao